Also Vielfalt für mich gibt es in Berlin zum Beispiel, weil man alle Kulturen treffen kann, hauptsächlich an Veranstaltungen wie diese, Fête de la Musique, ist ja auch französisch. Ich finde Vielfalt sehr, sehr wichtig und Toleranz gehört zu Vielfalt, definitiv. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig daran zu erinnern, dass es in Deutschland lange Zeit nicht so war. Und es ist egal, wie viele Leute davon genervt sind, wie oft es im Geschichtsunterricht rankommt. Ich finde es wichtig, auch in 100 Jahren noch daran zu denken. Und auch wenn wir das Gefühl haben, uns geht es gerade super, wir haben viele Rechte und es gibt die Vielfalt in Berlin. Ich finde es super wichtig, daran zu denken und Solidarität zu haben mit den Leuten, die in Ländern leben, wo es eben nicht so ist. Und ich finde es wichtig, auf Demos zu gehen in Berlin für die Leute, die in der Türkei gerade irgendwie mit Pfefferspray umgeniedelt werden. Und ja, Vielfalt ist wichtig und richtig und motiviert.